Auf geht's in die Hölle von Rocket League. Mal schauen, wie es läuft. Es ist lange her, dass ich ja gespielt habe, also seid gespannt, wie die Folge wird. Oha. Da haben ja alle angezeigt, die dabei waren, während des Matches. War das schon immer so? Ja. Es ist mir nicht aufgefallen, dass das schon immer so ist. Ja. Ups. Ich hatte ja mal, ich glaube, das war mit David, wir hatten so eine richtige Liste, weil tausendmal da irgendwelche Leute rein- und rausgegangen sind. Ja. Das ist doch so die Gegend raus. Das ist eine Riesen-Liste dann sicherlich. Da muss man bestimmt scrollen sogar. Sehr gut. Perfekt. Ich war nur verwirrt, was da gerade abgelaufen ist. Das war irgendwie so wie, nö. Der heißt Messi und gib mir eine Vorlage. Mann, ist das ein guter Messi, du. Du falsches Team. Aber trotzdem, danke. Danke, danke, danke. Schon das dritte Tor dieses Jahr. Dieses Jahr trifft es nicht. Dieses Jahr haben wir ja schon mal getoppt. Haben wir? Ja. Ja, stimmt. Von dem Beweis-Video, was ich gebracht habe. Ja, ja, ja. Das war ja dieses Jahr. Stimmt. Oh Gott, ey. Ich komme schon durcheinander, ey. Ich könnte schwören, wir haben schon 2025. Ja, ist wirklich so. Die Zeit rennt so unfassbar. Du, du, du. Also wirklich. Ich angel mich eigentlich von Schlaf zu Schlaf und von Fütterungszeit zu Fütterungszeit. Also alle vier Stunden gibt es eine Flasche, also puh. Jopp. Jetzt habe ich gesprochen. Okay. Ja, kann man auch machen. Nein, der ging zu hoch. Warte mal, da. Na, scheiße. Warte mal, da. Auf der Fall, fall weg. Ich will es ja mal. Oh Mann, ey. Voll vorbei. Aua. Nein. Ich konnte nur abhalten, dass sie ihn kriegen. Oh. Ich habe keinen Boost. Ja, nochmal zurück. Oh, verflügt. Ach, komm. Es geht nochmal zu dir zurück. Nochmal zurück. Nein, der Gegner lässt nicht zu. Nein, das ist genial. Alter, du elender kleiner Messie. Das war ja voll gezielt. Was für ein Blödkopf. Einmal dagegen, bitte. Danke. Und jetzt hoch. Oh nein, ich habe mich verdreht. Ich habe mich verdreht, Lika. Und du hast sie verhüpft. Ja, ich wollte zu tief. Der war doch höher als gedacht. Ja, schade. Was? Was? Das war bei mir ein enttäuschender Säufzer. Ach so. Aha. Habe ich nur verlernt. Nee, anders ging das. Ähm, ja. Kein Kommentar. Dann ist ja gut. Ähm, Entschuldigung. Ja, ich wollte eigentlich den Boost holen, aber ich habe vergessen, die Beikamera auszumachen. Die Orientierung bei mir ist ein bisschen so, na, lass mal. Ich bin ja schon froh, dass ich nicht Eigentore schieße hier, Mensch. Ich habe den Gegner benutzt und mache jetzt einen auf Patrick, Aua. Wie, wer? Patrick. Sieh, Stern. Ach so, ach so, ach so, ach so, ja, Sponswurbs schwach sind Kram. Das ist Sponswub, ja. Sponswub. Sponswub. Das ist Sponswub. Nein, ich bin zu weit vorn. Ich bin ab, es stürzt. Nicht schlimm, ich habe Messi gehauen. Das sind bloß nicht die im Original Messi. Nein! Mann, du blöder! Ich dachte, du machst ihn, deswegen habe ich mich jetzt da nicht eingemischt. Nur der Gegner hat mich weggetrennt. Ganz knapp. Deiner! Deiner! Oh, Gott sei Dank. Hab ich noch. Ja, ich war, ich war nur leicht nervös. Nein, zu hoch! Ich konnte ihn nochmal blocken. Ach, verdammt. Danke, Messi. Hey, guck mal, war meine Vorlage, hallo. Ja, war Messi, ja, wir müssen. Nein, nix, Herr Messi, das war meine Vorlage. Ich habe Punkte für eine Vorlage gekriegt. Ich weiß nicht warum, aber hey. Alter, wieso hat der Controller dieses Ruckeln drin? Das liegt bestimmt am Kabel, ey. Nimmst du kein Originalkabel, was so winzig, putzig klein ist, weißt du? Nimmst du extra eins, was länger ist, weil du nicht hier so zwei Millimeter nur von dem Buchse entfernt sitzt. Schon funktioniert der Controller nicht einwandfrei. Nein, du musst das Kabel verwenden, sonst funktionieren wir nicht richtig. Au, ups. Sorry, Messi. Du warst mir im Weg. Klang irgendwie jetzt nicht so ernst von dir. Ich dachte, der kriegt den, deswegen bin ich abgedreht. Oh, Mann, ey. Mitte. Zu hoch, ich weiß. Oh, verdammt. Egal, wir müssen nur verteidigen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Messi ist dran. Achso, ja, Messi. Oh, verdammt, Messi ist dran. Ja, es war doch ein schönes Match. Sehr schön. Was hieß, Liff, hast du? 1400? Halleluja. Sehr geiles Match. Wir haben mal gewonnen.